das seht ihr halt hier das ist ein ddr hochzeit service unbenutzt und hier ist halt mein mocker service hier sind überall so die kleinen untertassen und da ist halt die tasse da hinten da fehlt eine untertasse aber wer weiß vielleicht findet man ja sowas auf den flohmarkt mal oder bei der nächsten haushaltsauflösung wo irgendwas entrümpelt wird dann kann man ja immer mal wieder ja was wollte ich jetzt sagen moment das schöne ist ja jetzt also eine waffe werde ich natürlich nie besitzen erstmal habe ich keine waffen ausbildung zweitens mal habe ich auch keinen waffenschein aber so als ich sag mal deko für zu hause oder das ultimertreffen dass man das einfach bei sich hat das ist in ordnung mehr brauchen mehr braucht sich weil ich bin ja absolut gegen gewalt und gegen waffen der regulierstab klar kann auch eine waffe sein ist aber ein leuchtstab mit dem man damals den verkehr reguliert hat oder auch die autos gezwungen hat zum anhalten für eine routine kontrolle allgemeine verkehrskontrolle ja also der regulierstab und auch hier dieses helfer der deutschen volkspolizei freiwilliger helfer der deutschen volkspolizei sowas werden wir halt auf ultimertreffen nutzen das andere wird zu hause einfach nur deko sein also diese diese blanke urkunden die werden deko sein sowie auf der ausweis der bleibt auch deko ich glaube tatsächlich wenn ich da meinen namen eintragen mein foto da rein mache wäre zwar lustig aber vielleicht für jetzt nachher dann sein wert jetzt ist es tatsächlich so dass ddr sachen halt ein idealwert haben also es ist halt ja auch auf dem flohmarkt sieht man die stände voll die leute verkaufen das zeug überhaupt nicht und deswegen vielleicht kommt irgendwann mal wieder dass die leute wieder anfangen und sagen die möchten ddr sachen sammeln ist ja so wie mit vielen sachen da kann es vielleicht auch mal sagen dass man auch mal ein paar markt dafür bekommt aber man wird auf jeden fall damit nicht reich also ja so ich würde einfach mal sagen wir sehen uns gleich noch mal wenn ich euch mein service zeige das passt eigentlich ganz gut von der von der farbkombination mit dem was dort steht da haben wir so kleines herbst muss darauf wegen dem blättern wieder so draußen aber ich finde es einfach geil weil das ist halt nicht so wie wenn du jetzt zu oma reinkommst wir haben so schön schwarz weißen farbton das ist wieder passend zu den 50er jahren wir haben schön so laubblätter drauf auch so in diesem rot gelben dunklen ton da so keine ahnung habe ich nicht mehr so ganz im kopf sieht ja gleich es ist halt nicht so wie bei tante erna wo man dann so ein blumenmuster drauf hat wo man sich dann so denkt ja ihr wisst was ich meine ich werde jetzt gleich mal schön den tisch dekorieren in der küche und dann könnt ihr das ganze einfach mal sehen bei tageslicht so und bis gleich so hier sind wir wieder jetzt habe ich mal ein tisch dekoriert also wir haben hier eine originale 50er jahre tischdecke und hier haben wir ein originales frühstücks kaffee service kuchen service also man kann es sowohl als auch zum frühstücken nutzen aber auch kaffee und kuchen machen wir haben hier eine tasse eine untertasse zuckerdose mit deckel guck mal ist alles wieder richtig schön sauber ich habe es auch alles noch mal trocken poliert wir haben frühstücksteller wie gesagt wir haben hier so laubblätter so einfach so ja und hier sieht ihr halt ich weiß nicht ob man es erkennen kann da steht made in gdr hand bemaler hand malerei ja also das ist halt das kommt aus dass es hier weimar ist der stempel war früher mal verdammt teuer also auch nicht für jeden erschwinglich und das alles steht halt auf den anderen teller tassen auch drauf ja hier wie unsere kaffeekanne das heißt hier hat man den frisch gebrühten kaffee rein gemacht können wir auch mal reingucken also es ist nein wenn ihr das wenn ihr euch jetzt fragt nein es ist kein dreck das ist beim film je nachdem wie der schatten so schimmert aber ihr könnt sehen das ding ist richtig schön sauber richtig gut erhalten der deckel auch also der ist nicht gebrochen oder sowas auch vorne die nase ist noch dran ja so und dann haben wir hier den schönen griff dann die hat halt ganz minimal aber ansonsten das war bestimmt mal für sechs personen vielleicht finden wir ja noch die sechste tasse ansonsten reicht das auch ja und hier haben wir halt noch ein milchkindchen auch richtig schön sauber auch von dem gleichen und ich finde das ist halt so für mich schwarz weiß ist sagt er sagt ja schon sagen er sagt ja schon viel über die 50er 60er jahre aus für mich ist das so ein jugendstil geschirr warum jugendstil es ist nicht so wie man das jetzt so kennt wenn man zu seiner oma nach hause gekommen ist dass die tassen dann so ich sag mal cremefarben waren so mit blumen musste also halt so dieses wo man dann so denkt zur oma tasse halt wenn man wenn man wisst ihr wisst was ich meine das finde ich mehr so schön passen gut zur einrichtung ich hatte tatsächlich das kann man da hinten ganz gut sehen diese beiden bretter die da hinten sind das waren meine frühstücks bretter weil ich bin ja hier zu hause allein und dann habe ich euch ja gezeigt in meinem video dass ich auch noch für sechs personen so ein ja service habe für sechs personen so elfenbein farben cremefarben mit coltrand das wollte ich aber so wie man das früher gemacht hat für bestimmte anlässe benutzen und dieses besteck geschirr hier das wollen wir im alltag dann daily nutzen also wenn meine schwester kommt meine mutter kommt oder wenn einer mal von euch lust hat mich mal besuchen zu kommen können wir gerne hier am tisch zusammen frühstücken oder auch im wohnzimmer frühstücken zusammen bei mir ist sind die sachen alle aus erster hand sind familienerbstücke dieses service zum beispiel ist auch ein aus dem familienbesitz man sehe und staune was man alles so auf dem boden findet auf dem speicher und ja es war kein gewöhnlicher speicher ist es sehr sehr gut eingelagert wurden natürlich was die hand bemalen ist sieht man auch dass hier so ein bisschen die farbe bisschen ab abgeblättert ist da sieht man es auch hier schon wieder ein bisschen mehr das ist aber nicht schlimm und der verkäufer im großen und ganzen der war ja auch ehrlich gewesen ich zeige euch das mal ganz kurz ich habe ja den anderen teller noch in der geschirrspülmaschine drinne so hier habe ich ja jetzt gerade meinen kaffee draus getrunken ich zeige euch das mal so und hier könnt ihr sehen da ist dieses kleine dieser kleine abklatzer aber wie gesagt für mich ist das nicht schlimm es ist in ordnung aus der tasse trinke ich ja dann auch so ist es nicht ja der andere teller auch er ist auch da unten drin und ja ich meine auch auf dem flomarkt oder sonst wo schon mal so ein service gesehen zu haben ich war mir aber nicht sicher aber das kann ich euch sagen das ist auf jeden fall keine keine replika oder sowas kein nachgemacht das ist wirklich original weimar ddr ja das habe ich halt wie gesagt für 20 euro gekauft dazu gab es den regulierstab und halt diesen waffenreinigungstasche und der rest war halt umsonst fürs museum hier und ja ihr habt ihr jetzt ihr habt das ja jetzt auch gesehen hier auch meine kassen glänzt wieder alles richtig schön alles ist bei mir sauber wie sich das gehört also das heißt wir brauchen hier keine angst haben dass wir uns irgendwie sonst was weg holen ja also wenn ihr mal zu mir ins zu mir nach hause kommen wollte mein lebhaftes hoppia museum dann können wir gerne daraus zusammen kaffee trinken die ddr kaffeemaschine nicht zu vergessen da ist sie aka die ist natürlich auch vorhanden also ich bin eigentlich ganz ganz gut ausgestattet das ist mein beitrag für die umwelt das ist nachhaltigkeit nicht alles wegschmeißen leute sondern auch mal bisschen gucken wenn ihr heute abend lust habt ich weiß es noch nicht ganz genau aber ich denke mal das sollte klappen ich sag mal so 21 uhr unter peter rockabilly auf instagram könnten wir uns ja mal über nachhaltigkeit unterhalten was nachhaltigkeit überhaupt ist ich sag schon mal so vorweg für mich ist nachhaltigkeit das hier zum beispiel was ich hier halt machen das ist für mich nachhaltigkeit es wäre ja wirklich mal so richtig interessant mal zu wissen wie viel es tatsächlich noch in deutschland auf den dach also so auf dachboden und speicher wie viele sachen es noch gibt die man für kleines geld bekommen kann wo sich andere leute dran satt gesehen haben aber wieder die andere generation dreien freude hat und das liebe leute das sieht doch wohl richtig richtig tod schick aus also ich finde das passt auch super zur einrichtung hier und ja also liken abonnieren nicht vergessen ich hoffe das video hat euch gefallen euer peter rockabilly tschüss